Lass uns weitermachen, wir sind hier zurück bei Life is Strange. Ich bin der Chris von MadMonkeySquad und wir müssen ja nichts weitermachen als den Weltuntergang aufhalten. Ein Zug. Ja, okay. Na komm, ich muss noch versuchen, mir Leuten zu helfen, wo ich kann. Hier sehe ich... Okay, ich habe gerade gesehen. Sehr gut. Aber ihr wisst schon, dass hier nur so ein bisschen Öl, ein bisschen Feuer, dann ist das alles wieder... Genau, der perfekte Zeitpunkt, um Fotos zu machen. Aber always take the shot. Oh, Mist, darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Nee, wo ging das? Hier, ne? Ja, die Hälfte der Foto schon verpasst. Ähm, okay. Das sieht ja alles so normal aus. Warte mal, das kenne ich doch alles noch. Ich glaube, Penn State wird hier am... So richtig... Wollen wir ins Auto? Was? Das ist doch ein Fotomotiv gewesen. Oder? Zwei Fotos hier gleich hintereinander. Oh, sie ist nicht hier. Ich hoffe, dass sie in einem Schilder ist. Ich habe niemals even gefragt, ob sie nennen. E6, was auch immer das bedeutet. Das ist nicht ein Test. Eine E6-Tornado-Warnung hat sich für Arcadia Bay und umgekehrt. E6, was auch immer das bedeutet. Ich würde es euch ja nachgucken, aber mein Handy ist gerade in der Reparatur. Ja, Juliet kämpft gegen Mobbing. Wir sind dabei. Wir sind dabei, alles zu versuchen, um die Bucht zu retten. Oh, wer haben wir denn da? Wollen hat sich alle die Vorwärmung. Es ist nicht viel, Joyce, aber es ist alles, was wir haben. Okay, wir sind dabei, Warren. Wie in der Hölle habe ich alle die Vorwärmungen, Max? Der Schnee? Der Eclipse? Es gibt nichts, was du tun kannst, Warren. Ich bin so dumm. Ich sollte es sehen, dass es kommen wird. Gut, mit Warren reden wir zum Schluss. Ja, leider, leider. Viel zu groß. Ach, Pompidou. Nee, nicht hinsetzen. Bist du doof? Mit dir zum Schluss. Das Beste kommt nämlich zum Schluss. Joyce hat alle zurück. Vielleicht ist es gut, Frank zu haben, Frank zu haben. Du denkst, dass... Komm, Max. Wir sprechen hier und... gib Frank ein bisschen rest in space. Joyce, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich glaube, dass ich bereits über die Ringer bin. Wo ist Chloe? Nein, ja! Ich meine, ich bin auch so sorry über alles mit David. Du hast keine Kontrolle über das. David ist ein Mensch, und er hat viel mehr Zeit und Erfahrung unter ihm. Und wenn er nicht immer so zeigt. Na, ich wollte nicht mit David nehmen, gegen dich oder Chloe. Ich weiß, dass du die guten Seite in allen versucht. Und David muss das auch versuchen. Aber das ist nicht wichtig, jetzt. Ich möchte einfach unsere Leben wieder normal sein. Mit dem ganzen Scheiß, die heute Abend passiert, ich denke, dass du richtig bist. Und du hast mich versucht, um meine Familie zusammen zu halten. Wieder. Joyce, du hast so viel gemacht, für Chloe und David. Wenn du meine Mutter warst, wäre ich so stolz. Oh, lieblich, danke. Aber deine Eltern sollten besser auf dich sein. Auch David hat mir gesagt, wie schwer er denkt, du bist. Und er gibt nicht viele Komplenzen, wie du wissen. Oh, mein Gott. Ihre Lippen wollte nicht. Ich wollte nicht. Ich hoffe, dass Chloe etwas macht. Ich hoffe, dass Chloe etwas macht. Wir probieren es mal mit der Wahrheit. Oh, Frank. Ich weiß nicht, wie ich das sage. Also, ich will nur. Rachel ist tot. Nein, bitte. Bitte. Nein, nein, nicht Rachel. Sie kann nicht so sein. Sie sind sicher? Ich meine, wie Sie wissen? Wir benutzen die Namen, die wir uns für eine Farmehaus verabschieden. Meine Professorin, Mark Jefferson, hat diese schreckliche Bildung von Fotos. Und wir wissen, dass er den Nathan Prescott verwendet hat, um zu fotografieren Blackwell. Prescott? Fuck! Fuck! Ich wusste es! Ich sollte niemals mit dem sicker Puck. Papadu hat ihn. Ich habe ihn. Ich würde sie zu sehen. Ich würde sie sehen. Ich würde sie sehen. Ich würde sie sehen. Ich bin so, so sorry, Frank. Nathan wollte ihn empfiehen Jefferson, und er... sie hat. Wie? Wie hat er sie hat? Er hat einen Drogen benutzt, und hat ihm eine Überdose gegeben. Eine Überdose? Die einzige Art, dass Nathan das getan hat, ist, wenn ich es zu ihm verkauft habe. Ich habe meine Liebescheid. Nein. Was habe ich gemacht? Wo ist dieser Scheiße, Jefferson? Er wird in die Kirche. Er wird nicht mehr schützt jemanden. Ich weiß nicht mehr. Rachel. Oh Gott. Sie war eine gute Sache in meinem Leben, Max. Ich weiß, dass sie zu jung war. Ich erwarte, dass sie mich verlassen hat. Aber das ist nicht so, wie es passiert. Ich hätte niemals verletzt sie von nachdenken. Hmm. Hmm. Das ist sehr schwierig, finde ich. Ich weiß. Neither war Chloe. Ich wusste, dass Chloe und sie nahe waren. Ich war sehr stolz. Ich war sehr stolz. Aber ich sehe, warum Rachel Dugger sie hat. Und Chloe war genug genug, um mich zu Hilfe zu fragen, nach all der Scheiße, die wir durchgingen. Chloe hat das Gefühl. Achso. Achso. Du kennst das mal, wenn ich mit meinem Vater kennst. Der Mann hat die Bibel geschrieben und gesagt, dass er wollte, dass er in seiner Haus verletzt ist. In anderen Worten, um das richtig zu tun. Ich auch. Und vielleicht hast du mir geholfen, Max. Ich glaube, das könnte ihm helfen, ein besseres Leben zu führen für den Fall, dass es hier ist. Das ist der Drei zu Los Angeles. Ich hoffe, dass die Beispiele genug sind. Ich hoffe, dass die Beispiele genug sind. Ich bin froh, aber ich bin froh, dass dich zu sehen. Das ist okay. Die wichtigste Sache ist, dass du sicher bist. Und ich weiß, dass du dich selbst verletzt kannst, nach Nathan. Du solltest du das lange Zeit gemacht haben. Aber, Max. Ich kann nicht glauben, dass du hier in der Mitte einer E6-Tornado gegangen bist. Nur für eine Fotografie? Ich meine, ich weiß, dass du nicht kam für mich. Warren. Ich kam für alle von dir. Und nur sag mir, dass du die Fotografie hast. Ich will nur... Dann schau dich und hör dich. Oh, okay. Du wirst mir endlich erzählen, was du nie gemacht hast. Ich wünschte, dass ich es hätte. Also, ich werde dir nur sagen, ohne eine Erklärung zu erzählen. Ich versuche mich, okay? Ich versuche mich immer. Du solltest mir schnell erzählen. Ich hatte eine Vision in Jefferson's Klasse, um ein Tornado zu zerstören die Arcadia Bay. Ich ging ins Bett, und sah, dass mein beste Freund, Chloe, von Nathan Prescott wurde. Du bist mit mir so weit? Woher könnte ich noch sein? Geh weiter. Dann habe ich herausbekommen, dass ich die Zeit zurückkehren kann. Und, lange zu kurzem, Mark Jefferson ist verrückt und gefährlich. Oh, ist das alles? Ich denke, dass die Sturm begann, und alles begann, als ich herausbekommen, dass ich die Zeit zurückkehren kann. Es gibt keine Art, dass dies nur eine Erklärung ist, oder? Max! Nicht nur die Sturm, aber die Eclipse, die Zähne, die Wälde, alles! Alles! Alles wegen... wegen mir? Wie? Ich bin kein realer Wissenschaftler, selbstverständlich, obwohl ich einen in der Schule spielt, aber... das scheint, wie eine pure cause und effect. Vielleicht eine Chaos-Teorie. Oh... Was passiert mit Jefferson? Did... 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 Did he hurt you? He used Nathan to get drugs and money for him. Jefferson tied me up and... Dosed me with some drug and... Took sick photos of me. It was so horrible. Max... I'm so sorry you had to go through all that. You're the bravest person I've ever known. You know? I want to kill that son of a bitch. Where is he? Busted. History. Which I need to change fast to make it right again. Is that bad? For every action there's... There's a reaction. Whenever you reversed or... Or altered time... Maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. Warren... I know this all sounds insane. But... You're the only other person who I can count on now. I wish we had more time together. Do you believe me? Max... Of course I believe you. You're the most amazing person I've ever met. And... I'm glad you trust me. Always. I just... Wish I could trust my powers. I guess we'll never know if it's magic or science. Even if it's from a wizard or a wormhole. You're part of something bigger. I don't believe in fate or destiny but... After this week... I realize I don't know shit. That makes both of us, Warren. I do know you're here for a reason. And... I guess it's up to you to find out why. Max... I'm sorry you got stuck in this. In this... I don't... Have a fucking clue what's going on. But I have total faith that you'll do the right thing when the time comes. I'm so proud of you, Max. How could there be more important moments in history? And I'm in the middle of it with you? So thank you for trusting me. Thanks for being here. Always. Please be okay, Chloe. I can't lose you. The niche we didn't have yet. Oh, Pompidou. Oh, how cute. Oh, Max. Oh, give yourself one moment to do nothing. This is where... I convinced Chloe... Oh. 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 What's pretty scary? I focus on her... To keep fixing what i keep fucking up? No, because... I didn't ask for this again. But... I... So... I... I was able to stop Mark Jefferson. And now... I can stop Chloe from dying. Für die letzte Zeit. Ja, bla 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 bla, schneller, schneller, schneller. Wieso wird es jetzt langsamer? Hey, Rowan! Wieso? 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 Was passiert mit Jefferson? Hat er... Hat er dich verletzt? Okay. Wir gucken mal, ob wir noch ein, zwei Sachen haben mit... Mit ihm. Aber wir machen erstmal Schluss an dieser Stelle. Die Zeit ist rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao! Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.